Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 12. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 521 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Datenleck, Walkie Talkie, Apple Pay, Kliniken oder Klinken und Spionagechips. Ich beginne gleich mit einem Datenleck. Es gab es wieder, schon vor kurzem, allzu lange ist es noch gar nicht her, hat man ein grösseres Datenleck gehabt bei Google Plus und somit dann auch gerade das als quasi Ausrede genutzt, das per August nächsten Jahres einzustellen, das Social Network von Google. Und ja, jetzt ist es wieder passiert, über 52 Millionen Kunden, die auf Google Plus ein Konto haben, deren ihre Daten wie E-Mail-Adresse, Geschlecht, Alter, Beschäftigungen etc. waren öffentlich einsehbar, wenn man dann hätte gewusst, wie reinzugucken und so weiter. Aber es ist ein ziemliches Loch da und wahrscheinlich ist es nicht das letzte, denn Google hat auch mittlerweile bestimmen, dass sie das Social Network Google Plus jetzt noch schneller schliessen werden. Und zwar wird es schon im April des nächsten Jahres soweit sein. Wer also noch kein Backup von seinem Profil angelegt hat und oder wenn das überhaupt wichtig ist, sollte das noch tun. Ansonsten lasst es laufen, es ist nicht mehr lange da. Bald eine neue Leiche bei Google Hausen. Dafür hat man bei Instagram aufgestockt. Bei Facebook Messenger und bei WhatsApp, alle drei Facebook Firmen, gibt es das Feature schon länger, die Möglichkeit einfach kurz ein Audio Message aufzunehmen. iMessage Nutzer und ähnliche kennen das natürlich. Solche Dinge, kurz das Telefon Richtung Mund halten, Knopf drücken, einzusprechen, loslassen und schon wird das Ganze verschickt. Das geht ab sofort auch in Instagram Direct Message. Wer also da unterwegs ist und viel mit seinen Followern oder Freunden kommuniziert, der kann das ab sofort auch dann via Ton tun. Solltet ihr es nicht gleich bekommen, kann das daran liegen, dass wie überall solche Features natürlich rollierend ausgeliefert werden und ihr somit vielleicht in der ersten, zweiten, dritten, vierten Welle dabei seid. Das kann man nicht forcieren. Ich drücke euch die Daumen für diejenigen, die es möchten, dass ihr es möglichst schnell habt. Was habe ich gestern, besser gesagt vorgestern, für viele, viele Meldungen gelesen, morgen kommt es, dieses Apple Pay. Ich habe es geflissentlich ignoriert, weil das kam in den letzten Jahren, in den letzten Monaten und Wochen sehr, sehr, sehr häufig und viel zu häufig. Und dieses Mal hat es gestummen. In Deutschland ist Apple Pay endlich gestartet. Mit dabei sind eine Reihe von Banken, auch wie in anderen Ländern natürlich gar nicht so viele. Es gibt aber schon einen Ausblick, wer im 2019 mit dazu kommen wird. Und es gibt auch Möglichkeiten, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, dass man nicht nur Kreditkarten, sondern über Umweg auch ein Girokonto einbinden kann. Zumindest bei einer Bank, welche das ist, wie das funktioniert. Daily.geektalk.ch bei der 521 ist der Link dazu, wo ihr das nachlesen könnt. Was hat man bei Samsung gelacht? Damals, als Apple das erste iPhone ohne Klinkenstecker vorgestellt hat. Ich mag mich da noch an Zeiten erinnern, wo man über das iPhone generell gelacht hat. Krüssen an den Herrn Palmer. Oder wie man über Apple gelacht hat, als man den USB-Port eingebaut hat, das CD oder das Syskettenlaufwerk weggelassen hat. Alles Dinge, die dann plötzlich die ganze Industrie mitgezogen hat. Und wie man ja mittlerweile bemerkt hat, ist nicht nur Apple, sondern auch immer mehr andere Hersteller lassen den 3,5 mm Klinkenstecker auch über die Klippe. Und somit jetzt auch Samsung, die sogar im Frühling dieses Jahres noch gross Werbung gemacht haben, dass man beim iPhone Adapter braucht und Zusatzadapter fürs Laden und Hören gleichzeitig und solche Geschichten. So ist es bei Samsung in Zukunft auch. Zumindest das neu vorgestellte Samsung Galaxy 8 AS, das gestern vorgestellt wurde, hat auch keinen Klinkenstecker mehr. Dafür ein fast randloses Display. Die Frontkamera ist nicht in der Notch drin, sondern ins Display integriert. Mit einem kleinen Löchlein. Schick gemacht. Ansonsten schaut es aus, wie ein Smartphone halt ausschaut. Die Innereien sind auch handelsüblich. Und man darf gespannt sein, wie dann das Flaggschiff an der MWC oder rund um die MWC vor oder nachher im Frühjahr ausschauen wird. Der Nachfolger vom SGS 9, das könnte eventuell dann auch schon ohne Klinken kommen. Und dann natürlich auch ohne die Werbung in Richtung Apple und andere. Vor nicht allzu langer Zeit, es war irgendwann um Oktober rum, gab es ja von Seiten Bloomberg eine grosse Story, die behauptet hat, dass in den Rechenzentrungen Motherboards und von den ganzen Supercomputern, die auf die Apple und Amazon setzen, auch mit chinesischen Spionagechips versehen sind. Sprich, da hätten haben sollen die chinesische Regierung Backdoors quasi eben in Richtung Apple und Amazon und dessen Kunden logischerweise. Dem Ganzen ist man jetzt nachgegangen, hat das natürlich untersucht und ist drauf gekommen, dem ist nicht so. Also quasi, ja, schöne Story von Bloomberg, aber nee, nochmals nachsitzen hat nicht so sein sollen. Zum Glück natürlich für die Kunden und natürlich für die beiden betroffenen Firmen. Ja, das waren es dann auch die Neuigkeiten, die ich heute habe für euch zusammenkratzen können. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Mittwoch. Genießt den Tag, seid erfolgreich. Und morgen wird der Achim dann noch die letzten beiden Tage dieser Woche für euch bestreiten. Ich verabschiede mich mal und wir hören uns dann nächste Woche, glaube ich, schon wieder. Genau. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.